In diesem Video geht es darum, das Budget als Kerninstrument des Controllings zu definieren und die Grundlagen der Budgetierung zu behandeln. Im Mittelpunkt der operativen Planung steht das sogenannte Budget. Wenn wir zunächst einen Blick in die Theorie werfen, dann versteht man unter einem Budget einen zielorientierten, in wertmäßigen, größenformulierten Plan, der einer Entscheidungseinheit für eine bestimmte Zeitperiode in einem entsprechenden Verbindlichkeitsgrad vorgegeben wird. Das Bedeutende an dieser Aussage ist vor allem einmal das Thema in wertmäßigen Größen formuliert. Das heißt, wir haben es mit einem rechnerischen Teil, mit dem Zahlenwerk der Planung zu tun. Es geht um eine Entscheidungseinheit. Das kann ein Abteilungsleiter sein, ein Hauptabteilungsleiter sein, ein profizienter Leiter sein, für eine bestimmte Zeitperiode. In der Praxis ist das eigentlich fast immer ein Jahr und das Budget braucht einen entsprechenden Verbindlichkeitsgrad, damit es auch wirksam wird. Das heißt, eine Budget-Nichteinhaltung sollte auch entsprechende Konsequenzen haben. In der Praxis versteht man das Budget, wie gesagt, als rechnerischen Teil der Planung. Es beinhaltet vor allem finanzielle Ziele, wie zum Beispiel Umsatzziele, Kostenziele, Renditeziele und auch Liquiditätsziele. Die finanziellen Ziele werden für alle Entscheidungsträger für das nächste Geschäftsjahr definiert. In der Regel aufgegliedert in Monate oder zumindest Quartale, um auch entsprechende Plan- und Solistvergleiche durchführen zu können. Und eben aufgegliedert nach Verantwortlichkeiten, zum Beispiel nach Kostenstellen oder nach Profizentern. Zudem braucht man natürlich die zur Zielerreichung vorgesehenen Maßnahmen und eben die eingesetzten Ressourcen. Was sind nun die Funktionen der Budgetierung, beziehungsweise warum macht man überhaupt ein entsprechendes Budget? Zum einen geht es einmal darum, um Transparenz zu schaffen. Es geht darum, eine verlässliche Basis für die Entscheidungen des nächsten Jahres herzustellen und entsprechend in den Erlöstrukturen und in den Kostenstrukturen eine Transparenz herzustellen. Das zweite wesentliche Thema ist die Koordinationsfunktion des Budgets. Es geht darum, Absatzplanungen, Produktionsplanungen, Einkaufsplanungen, Investitionspläne und andere Detailplanungen aufeinander abzustimmen und zu einem koordinierten Ganzen zusammenzufügen. Das ganze Budget soll auch zur Motivation der Führungskräfte und Entscheidungsträger beitragen. Das heißt, man vereinbart ein Budget, man vereinbart Ziele, lässt den Führungskräften und den Mitarbeitern dann aber innerhalb eines Budgetrahmens freie Hand, wie diese Budgetziele erreicht werden können. Und diese Führungsphilosophie sollte schlussendlich auch zu einer hohen Motivation der Entscheidungsträger beitragen. Eine weitere wesentliche Funktion der Budgetierung ist die Rationalitätssicherung. Rationalitätssicherung bedeutet, dass Entscheidungen nicht rein aus dem Bauch heraus und nicht nur intuitiv getroffen werden, sondern dass man ein planvolles, rationales, vernunftbezogenes Vorgehen wählt. Das bedeutet auch, dass man sich zum Beispiel die wesentlichen Entscheidungen für das nächste Jahr einmal eben vor dem Jahr durchdenkt, aufbereitet, in seinen rechnerischen Konsequenzen beurteilt und dann gesamthaft Entscheidungen treffen kann. Schlussendlich ist eine wichtige Funktion der Budgetierung auch die Kommunikationsfunktion. Das heißt, man spricht sozusagen über Maßnahmenpläne und das, was die finanziellen Auswirkungen sind, in Form eines durchgängigen Zahlenwerks und kann damit sozusagen die Vorhaben für das nächste Budget sehr gut auch kommunizieren und allen Verantwortlichen erläutern. Die integrierte Planungsrechnung, die wir in einem anderen Video genauer beleuchten, ist als zentrales Budgetierungsinstrument anzusehen. Es macht nämlich die finanziellen Auswirkungen von Budgetentscheidungen in sehr anschaulicher Form transparent. An dieser Stelle möchte ich nur die drei Bausteine der integrierten Planungsrechnung noch einmal kurz erwähnen. Es geht zum einen um die Erfolgsplanung, mit der der Gewinn des Unternehmens für die Planperiode festgestellt werden soll. Es gibt das Thema der Finanzplanung, das zum Thema der Liquiditätssteuerung eingesetzt wird und die Planbilanz, die schlussendlich am Ende des Planungsprozesses steht. Diese Planbilanz zeigt dann im Wesentlichen die Vermögensstruktur und die Kapitalstruktur zum Ende der Planperiode. Was sind die wesentlichen Kernthemen im Rahmen der operativen Planung und Budgetierung? Das heißt, worüber gilt es im Rahmen der Budgetierung im Detail nachzudenken? Das ist eine Riesenliste. Ich möchte nur die wichtigsten Punkte kurz erwähnen. Es geht zum Beispiel darum, Auswirkungen von Marktentwicklungen auf den Unternehmenserfolg zu quantifizieren. Es geht darum, Umsatz- und Erfolgsbeitrag von Kunden, von Produkten, von Regionen und von Vertriebsschienen transparent zu machen. Es geht um die Planung der Kosten von Abteilungen, Produkten, Dienstleistungen, aber auch Prozessen. Es geht darum, kostendeckende Preisuntergrenzen von Produkten und Leistungen festzustellen und in einer Deckungsbeitragsrechnung auch einfließen zu lassen. Es geht um die Wahl des optimalen Produktmix und vom Produktionsprogramm. Es geht um Themen wie Mindestumsatz und Sicherheitsspanne, Make-or-Buy-Entscheidungen. Man wird sich auch überlegen, welche Möglichkeiten der Reduktion des Working Capitals es gibt, um zusätzliche Finanzierungsquellen zu erschließen. Es geht um die Finanzierbarkeit und Rentabilität von Investitionen und vieles mehr. Das alles fließt in diesen rechnerischen Teil der Planung, in das Budget ein. Das Gegenstromverfahren ist, kann man sagen, das klassische Budgetierungsverfahren und das kombiniert sozusagen einen Top-Down- und einen Bottom-Up-Ansatz im Bereich der Planung. Wie wird so ein Planungsverfahren oder ein Planungsprozess normalerweise gestartet? In der Regel beginnt das Top-Down mit den Zielvorstellungen des Unternehmens beziehungsweise des Top-Managements. Diese grundlegenden Planungsüberlegungen und Ziele werden dann den operativen Einheiten kommuniziert und dann geht im nächsten Schritt das Bottom-Up weiter. Das heißt, die Abteilungsleiter, die Hauptabteilungsleiter bringen ihre Vorstellungen ein, wie im nächsten Jahr bestmöglich gearbeitet werden kann. Dazwischen steht dann eine Art Knetphase. Das heißt, man versucht, die Vorstellungen des Top-Managements mit den darunterliegenden Einheiten in Einklang zu bringen. Dieser Prozess kann sehr schnell gehen, der kann aber durchaus auch mehrere Budgetrunden und Verhandlungsrunden umfassen. Wichtig ist, dass in letzter Konsequenz die Mitarbeiter und Führungskräfte genauso wie das Top-Management mit dem Endergebnis des Budgetprozesses einverstanden sind, denn nur dann hat man auch eine optimale Basis für die anschließende Umsetzung und die Realisierung der geplanten Maßnahmen.